Nein, Sie gehören doch zu diesem Scheißgerl vom von Triester, oder? Sie sind mein Zeuge, oder was auch immer. Sie müssen der Schiff sein. Ruhen wir uns aus, okay? Ein kleines Freund, jetzt ein bisschen plaudern. Ja, aber warum begrüßen wir mich dann so? Das geht aber gar nicht klar. Wäre dann, als Sie aussehen. Ein bisschen Sport würde Ihnen ganz gut tun. Also los, Arme und Beine immer drin lassen. What the... Oh Gott, wir haben verschwunden, wir hatten uns ganz schön eine runtergebrezelt, ey. Alter, kann ich die Maus hoch? Warte mal. Okay, das Gesicht kann man auch nicht sehen. Wir können so zwei umgucken, aber Aufzug, da ist zu. Ich mag die Bergluft, Sie wollen raus, ein Spaziergang machen, da gehen Sie, ich warte hier. Geh' bitte, ich will hier. Willst du mich erarschen? Geh' an, die Räume sind frei. Ich habe Zeit, nein, na gut. Nein? Nein. Das sind die Grindstone, ich mag das. Okay, wir sind aufzugstund. Was hat er mit sich gemacht? Alter, wie sieht denn er aus? Auch noch nackt. Alter, was ist denn? Ich glaube nicht, dass alles Muskeln sind. Das vertrocknete Haut oder sowas. Was hat er denn hier angestellt? Oh, Alter. Töte mich, töte mich. Töte mich, töte mich. Okay. Okay. What? What? Aber eigentlich war ich es nur leid, meine Briefsmarken selbst abzulecken. Aha. Wo geht... Was ist denn hier los? Wo geht der mit uns hin? Hallo. Hier bin ich. Also, denk uns, komm, wir beginnen gleich mit der Behandlung. Was? Neuer muss ich nur noch kurz abwaschen. Äh, lass du und, äh... Und dann dessen können wir uns ein bisschen unterhalten. Und es wird uns eine Chance, zu sprechen. Okay. Alter! Guck mal, was für ein Messer dein Pissoir. Du weißt, ich bin ein bisschen worried, wie viel Zeit Sie mit Vater Martin verbracht haben. Ich weiß. Ich hoffe, Sie haben sich nicht von, äh, seinen ganzen Heiligen Bibelgewerfen verwirren. Verwirr'n das. Äh, was? Hallo. Nichts gegen ihn persönlich, aber manchmal glaube ich, dass vielleicht ein bisschen verrückt ist. Äh, was hast du damit vor, Alter? Ich hab schon Panik, das ist verständlich. Die Leute, die Angst und wenden sich wahrscheinlich, wie er ist Gott. Gott ist mit den, äh... Ich hab' mal ein bisschen an der Seite an, wenn ihr den Text lesen könnt. Der hat sich sowieso verwendet. Nein, das ist das Wasser... Ah, nein, ah, 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 ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah! Aua! Au! Auf, ne, aus, Adam! Alter, was ohne, mir einer, Alter, du bist zu weit, ne, ah-ah! Warte, ne, pisseein, wir schreiben die Tüger ab! Gleich zu euch, Meyer, Alter! Zwei! Hey! Scheiße! Na, ich bin den Finger abgeschmissen, Bauer, ey. Oh, mit der Maus. Oh, wir sind frei. Oh, mir geht's doch komisch. Lecker. Finger verbinden ist auch nicht drin, oder was? Okay. Ich schneide uns mal zwei Finger ab, damit wir erstmal so ein bisschen, ne? Ich bin kein Patient, ich bin ein Angestellter wie er. Wie Trager. Wie Trager. Wie Trager. Wie er hat sich verabschiedet. Er ist immer noch жив. Die Kinder sind verabschiedet. Er hat sehr gut gearbeitet. Sie können es kontrollieren. Und du kannst es kontrollieren. Wie Trager. Wie Trager. Wer hat sich verabschiedet. Wie Trager. Wie Trager. Wie Trager. Wie Trager. Wie Trager. Wie Trager. Das ist nicht blöd, du verdommter Affe! Versteck dich! Ich seh nicht, wo er hinten ist! Kommt er jetzt hier vorbei? Was mach ich jetzt? Der macht doch jetzt wieder einen Affen, wenn ich unter dem Bett hervorkomme! Mir fehlt irgendeine Katte oder was? Okay! Na, was machst du denn da? Hoch! So, und hopp! Und hopp! Und hopp! Und... Puh! Ja, wo muss ich jetzt hin? Ich bin eigentlich da, wo ich gar nicht hin will! Äh... Ja, ich weiß nicht, warum ich das machen soll! Was ist... Ach, da bin ich gerade weggekommen! Ah, okay! Das ist der... Ähm, vom... Warte mal! Ich mach mir, glaub ich, mal Platz! Vielleicht keine schlechte Idee, oder? Oder ich warte noch! Ich weiß doch nicht, wo ich jetzt hin soll! Scheiße! Da kann ich nicht lang! Hier kann ich mich nur verstecken! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wir lernen dir, dass ich sie mit dem Echt verbrechen muss! Okay, ich muss das Ding an die Seite schieben. Wenn ich hinten rumlaufen kann. Ich glaube, der schon wieder. Ich könnte kotzen, alter. Der lässt mich hier auch nicht abhauen. Oh, der war bis hier hinten. Oh, der war bis hier. ja ob er gar das da ich krieg also erläutigt hat sich dann hinterher Ich muss gucken, ob ich jetzt die Tür aufmachen kann, ohne dass ich an hier vorbei muss. Und dass ich dann in den Schlüftschachtel... Ich weiß ja nicht, wo ich da hinten irgendwo was aufsammle. Scheiße, ey. Wie ich das hasse, ey. Ich spiegelusenlauch hier. Nein! Du sollst doch nicht diese scheiß Dinge da schieben, du dummer Hund! Ah! Ich bin ein Kuss. Das ist, wer ich bin. Also es ist so wie... Ich muss doch mal schieben, weil die Scheiß ist gar nicht richtig offen, die Scheiß-Tür. Das sehe ich jetzt erst. Ihr seht am Rahmen, auf der rechten Seite, wo... Da steht der... Da steht diese scheiß Kiste davor. Ei, 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 ei. Es ist ja... Mist, jetzt häng ich hier hinten fest und komm nicht weiter. Gehst du mal von dem Bett weg, danke. Wer auf zu stöhnen, sei ruhig. Wer sind die Schreiber? Wer sind die Schreiber? Wer sind die Schreiber? Die Schreiber ist nicht lang genug. Ja... Ich sollte dich erst... Ja, das ist sicher. Also hau doch endlich mal ab, geh mal ganz weit da hinten rüber, damit ich da, äh, die, äh... Scheiß Kiste nochmal wegschieben kann. Huh, huh, huh. Da geht er noch um rein! Wo ist er jetzt hin? Wo ist er jetzt hin? Kann ich jetzt hier runter? Ah, da ist er hergelaufen! Ich habe keinen Bock mich hier anzulassen, verdammt! Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss! Ach, geh doch durch! Hier muss doch irgendwas sein! Ich weiß nicht, ob der jetzt gleich kommt! Okay, da macht keinen Krach mehr! Gucken wir nochmal hier an, ob wir nichts mehr vergessen haben! Geh weg! Okay, das ist! Okay, das ist! Ich weiß gar nicht, wo ich landen muss! Ich weiß gar nicht, wo ich landen muss! Ich muss wahrscheinlich da hinten hin, aber wie komme ich da dran vorbei? Ho. 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 Hopp! Hopp! Wo soll's da hochkommen! Komm, komm! Ah, jetzt komm ich nicht lang. Bin ich zwei hier hinten? Wollte aber einen Blick zur Tür haben. Wenn ich gleich reinkomme hier hinten. Ich kann mich nicht großartig umgucken jetzt hier, aber jetzt ist irgendwas Licht. Ah, versteck dich, Mann! Fliegt die Kamera an? Ach, Mensch, wer SD ist. Manchmal ist das... Ah, komm schon! Du musst dich nicht auf, Mann! Brrrr! 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 Boah, guck dir mal den Knochen an von der... Äh, vom Versammel. Der schaut so der Weg nach! Okay, das ist für dich jetzt aber nicht so toll. Hör... Gibt es nicht so weit unter... Hey, niemand möchte zu quitter! das ist ein versuchslabor und da bleibt unten das ist ein versuch Ich komme natürlich raus. Ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal wieder reingeht, ob ich dann raus kann. Ich weiß nicht, ob ich mich da hinten großartig irgendwie dann... Boah, ich zitter, ey. Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people. Yeah, I should have got his feet first. Yeah, sure. Ah, was, was? Hey, niemand mag einen Quitter. Wie konnte der mich denn da sehen? Alter, war ganz ehrlich ohne Scheiß. Oh, das nervt ja, ey. Will der jetzt da stehen und Ferien machen oder was? Ist das so, dass er jetzt die ganze Zeit da hinten bleibt? Ich hätte direkt durchlaufen sollen, aber... Ist da hinten eine Tür offen? Wenn er mit da rein kann, muss ich mal gucken. Was mache ich denn jetzt? Bleibt er die ganze Zeit da stehen oder? War das doch kacke. Komm, hau ab, du Pfeifen-Heini, ey. Jetzt? Können wir warten oder was soll ich jetzt machen? Oh Gott, wie hast du rausgebracht? Ich muss mir tatsächlich etwas tun, wie diese Hämstchen... Äh, scheiße. Wenn ich so ein Erster will jetzt, also... Ist schon sehr interessant, das zu sehen. Ich bin zwar aufgestanden, bin jetzt unter das nächste Bett. Ja, da hinten, ich denke mal, in den Raum muss ich irgendwie rein. Das hat irgendwas... Aber warum haut der jetzt nicht wieder ab? Das ist jetzt echt scheiße, weil ich komme jetzt nicht weiter, ohne mich von ihm massakrieren zu lassen. Dann kann ich den ganzen Kokolores wieder von vorne machen. Und, äh, das geht mal gar nicht. Das Spiel ist wohl Buggy an dem... Oh, da gibt's nichts zu lesen. Haben wir auch alles durch? Warten wir mal eben noch ein bisschen. Mal gucken, ob er gleich abhaut. Euerob so. Jetzt ist länger nichts passiert. Außer, dass ich jetzt nichts im Bett, aber ich kann ja einer von den Typen sein, mit dem ich im Zimmer bin. Äh. Komm, hau ab, bitte, hau ab. Geh doch endlich, du Lümmel. Geh doch, ich weiß nicht, du Lümmel. Ein bisschen probierst du Lümmel. Ja, nein. Ja, nein. Ich weiss nicht. Ich gucke mich. Ach, ich gucke mich. Ich gucke mich. Ja, ich gucke mich. Du Lümmel. Du Lümmel. Bis zum nächsten Mal.